Jawohl, wir können ein ganzes Auto zusammenbauen. Äh, nehm doch einfach den L-Kan, wie der da stand. Stimmt! Der Ural! Hab ich doch jetzt schon zu zweitem mal gesagt. Der fehlte ein Reifen doch nur, oder? LOL. Ich hab jetzt nicht reingesetzt. Und den hab ich gar nicht mehr gedacht. Da fehlte nur noch ein Reifen. Aber wir haben keine Toolbox. Aber noch haben wir, oder? Das ist am Ortseingang. Doch, hab ich. Ich hab dich verarscht. Tschöööö. Dann nimm mal einen Jerrikan noch mit. Ah ne, na doch, ne, ich weiß nicht. Reicht einen Jerrikan? Wenn der mir sagen will, wo ihr genau seid, dann komm ich. Ich werde den campen da. Alter, beeil dich. Beeil dich, Pascal. Ich will den Ural haben. Ja, ich will den auch haben. Ja, denn was machst du denn jetzt? Ja, ich komm gerade runter. Ja, er ist immer der Spasti, der den Heli fliegt. Aha, okay. Interessant. Wie runter? Was machst du denn da oben? Ural ist so groß. Na und? Der hat, wie viele Plätze hat der? Der hat doch hinten komplett alles Platz. Held darf ja aber, fass aus. Der hat den übelst Plätze hinten drinnen. Jetzt komm! Nein! Willst du mich verarschen? Hä, wie? Du hast... Der Ural hält mehr aus als diese Rentspulen. Du hast doch jetzt niemals drei Reifen dabei, oder? Doch. Achso. Dem Ural fehlt doch nur einer. Haben wir Fuel Tank? Bitte Pascal, nimm einfach den LKW. Fuel Tank ist aber nicht wichtig. Fuel Tank ist nicht wichtig? Da müssen wir ständig nachfüllen. Wo, wo ist denn... Wo steht... Äh... Bielow Richtung... Sabina Orbs Einigung. Wo bist du Pascal? In dem rechten Gebäude. Alter, können wir mal raus hier jetzt bitte? Nach Sabina rein führt. Na gut, ich suche mal. Ey, raus! Nicht hoch! Mann, Pascal! Ich suche den schon, der ist an dieser Autobahn. An dieser Autobahn mit Leitkirchen. Ja, was? Du... Es wissen doch andere Spieler, dass er an Ural steht, ne? Was, was, was suchst du denn jetzt? Ich... Ich geh schon mal hin, Fabian. Ja, was hast du denn gesucht überhaupt? Wollen wir gucken, was da noch ist? Es kommt runter! Ja! Was, was erwartest du denn hier zu finden? Mann, 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 Mann. So, da ist die Autobahn... Ich durfte jetzt eigentlich nicht mehr allzu weit vom Airfield weg sein. Auch wenn wir das jetzt nicht allzu viel bringen. Ich komm gerade runter, ich bin auf dem Weg. Hä, wo, wo bist du hochgeklettert? Wer ich? Ja? Bei einem Gebäude noch. Achso, in einem Gebäude. Komm da runter, hört sich an, als wärst du so ein Hochstand oder irgendein Turm hoch oder so. Wo bist du denn jetzt? Ich steh davor. Ich steh auch davor. Ich steh auch davor. Ah, da bist du. Guck mal, da ist so ein roter Wagen, ey. Der sieht so... Den da hinten hätt ich gerne. Was, was fehlt dem denn hier vorne alles? Oh, da passen nicht so viele rein. Ja klar. Ja, also nimm mal schon... Also der LKW ist super. Also Fahrzeuge sind eh laut und der LKW ist doch eh schnell eigentlich. Schnell genug. Und der LKW ist auch noch auf unguten... Also auf schlechtem Gelände ist der immer noch schnell, von daher. Richtig. Und hält einiges aus. Also ganz ehrlich, nimm einfach den LKW. Ja, lass mal den nur reinnehmen. Du meinst ihr da am wenigsten reparieren möchtest? Ey, ich wollt grad sagen, da fehlt doch nur in Reifen. Wenn... Weiß ich. Na gut, was ist da passiert? Wir können sterben. Das könnt ihr mal mit jedem Fahrzeug. Der ist so riesig. Und auch ohne Fahrzeug. Der ist einfach nur das größte Ziel. Ja. Der ist nicht riesig laut. Der ist laut. Aber wenn... Wenn jemand in der Stadt ist und du fährst da beim Auto rum, dann hört sich glaub ich sowieso jeder. Eben. Richtig. Aber mit dem roten Wagen, der da statt, der ist so voll leise. Aber egal. Ja, mit Sicherheit ist der leise, weil da auch keiner drauf achtet. Ja, weil du achtest doch auch drauf. Hey, ich glaub ich hab da irgendwann ein Auto gehört. Wo bist du schon? Ja Fabi, ich bin gleich da. Leil? Du läufst da irgendwo bei den Tanks rum. Ich weiß nicht wo lang. Ach, ich hab kein Fernglas, verdammt. Hä? Ich hab mir nochmal wo du bist. Ja genau, jetzt geradeaus, geradeaus. Ob da was liegt. Achso. Also wenn ihr jetzt irgendwie hier nahe Sabina seid. Du siehst ja die grauen Häuser, da musst du hin. Ne, ich wär jetzt hier so ein Bogen gelaufen. Ich wär irgendwie der Straße gefolgt. Keine Waffe. Ja du musstest mich jetzt sehen. Ja du musstest mich jetzt sehen. Ich geh jetzt an den... Na ist doch ganz gut, lauf mal vor. Wenn du stirbst, dann weiß ich wenigstens... Wie bitte mindestens drei? Jo. Drei was? Drei Leute. Achso. Also keine NPCs, sondern Menschen. Ne. Menschen. Okay. DMR und M4 hab ich raus gehört. Oh, okay. Könnte doch diese L85 gewesen sein. Ja oder so. Weil das könnte ich mir gut vorstellen, dass die da immer noch rumlaufen. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie das den einen lagert. Was mit ner Markarov? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Was ist? Der wird richtig geschrien haben. Was ist Zeto? Du bist doch hinter mir. Ja. Nein, ich überlege gerade wo wir sind. Startwaffe. Wir sind jetzt gleich beim Ural. Wir sind jetzt gleich beim Ural. Wir sind in Höchstens einer Minute beim Ural. Ich sag euch in einer Minute wie es dem Hubschrauber geht. Sehr schön. Ich bin auf... Und ich bin auf dem Weg zum Ural. Vielleicht bist du noch entfernt? Keine Ahnung, wo der genau ist. Ich bin jetzt gleich an der Hauptstraße. Äh Leute, wie voll ist denn das Hubschrauber im Allgemeinen? Lieber seit... Keine Ahnung. Böker? Nicht so, ne? 20. 20. Ja, ne? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand tatsächlich auf dieser Insel hier spawnt? Gering. Geringer auf jeden Fall, ne? Höchstens 5 Leute vielleicht. Wobei die würden sich da auf jeden Fall auch auf zum Airfield machen. Na, ich guck mal. Ja. Keine Ahnung. Habe jetzt keinen Bock zu sterben eigentlich. Aber andererseits ein Hubschrauber wäre schon auch sehr nice. Da oben ist jemand. Da hier ist jemand. Da hier ist jemand. Wo bist du gerade? Bleib mal stehen, wenn du das bist. Beim Ural jetzt. Ich bin, ich steh unten, ich steh unten. Okay gut, lauf weiter. Hä? Nein, ich kann leider nicht von meinem Weg. Hä? Wo bist du denn? Du bist jetzt bei der Tanke da dran vorbeigelaufen. Dann links die große Straße. Hä? Ja, wo hast du denn hier was gesehen? Da oben links. Ja. Leute, du läufst einfach weiter oder was? Es wird langsam dunkel, ne? Wollen wir nicht schütten? Ja. Das ist doch der Dings. Ach so, das ist Mike. Das ist Fabi. Lol. Hier hast du halt Zombie-Probleme. Kann ich schießen. Okay, bei mir ist jetzt genau der Hubschrauber, ist genau der Hubschrauber, der auch vorhin da stand. Äh, C, du lenkt den lieber ab. Also, Hallgrün, alles andere. Rot, Tank leer. Na, Mike sollte ablenken. Ich hab Zeug dabei. Ne halt, wir brauchen gerade. Stimmt, wir brauchen nur einen Reifen. Das ist ein scheiß Reifen. Ey, leg den doch ab, du. Die kommen nicht zu mir. Ey, ich hab meinen hier. Ach so. Lol. Alter, Fabi. Ich weg. Du bist jetzt unnötig. Ja, ich wusste ja nicht, dass hinter mir, ich hab den zum Beispiel vergessen. Ich dachte, du meinst den der... Okay, lenkt den jetzt ab, ne? Ja, ich versuch's. Der folgt mir nicht. Hallo? Der schlägt jetzt aufs Auto ein. Boah, ich schieß jetzt gleich auf den. Ja, der macht ja gar nicht. Oh, fuck. Jetzt kommt... Weißer mal! Hallo. Hier. Loll. Und nachts. Den ihr ernst? Der folgt mir nicht, was soll ich machen? Ich schieß jetzt mit dem 19.11. Es ist 5 Uhr. Nachts. Jo. Hä? 5 Uhr nachts? Ja, es ist grad halb selts jetzt. Nein? Wie? 5 Uhr abends, oder? Ja. So, alle nur überall kommt. Ne, ich mein jetzt 5 Uhr früh quasi. Aber ne, 5 Uhr... 5 Uhr nachmittags kann man ja nicht sein. Warum sollst denn da schon so dunkel sein? Warte. Ja, kannst fahren. Zum Airfield, go, go, go. Da ist nix. Da war ich gerade. Achso. Na toll. Dann zum... Dann zum anderen Airfield. Ja, wir kriegst du was andere Airfield. Ja, dann f... Ja, fahren wir durch Sabina durch. Also nein, ich hab ne Outgame. Ist das schon das Airfield? Da vorne leuchtet... Da ist ein Auto! Links! Ja, das leuchtet sogar. Guck mal. Da sind Scheinwerfer an. Da sind Scheinwerfer an. Neben dem Windrad. Seht ihr das nicht? Ganz klein. Ja, stimmt. Aber das fährt nicht. Ach, da muss man hin. Lass... Fahr mit nicht direkt drauf. Nicht direkt drauf fahren. Fahr... Fahr mit die Tannen, ja. Fahr mit mit die Tannen. Achso, durch die Tannen. Nicht durch die Tannen. Achso, nicht durch die Tannen. Ja, ich hab ein Fernglas. Bleib mal hier stehen. Stehen, 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 stehen. Stehen bleiben und aussteigen. Gautens, 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 Gautens. Ich hab auch ein Fernglas, ich guck auch. Ist B nicht Fernglas? Was ist ein Fernglas? Das sieht... Der ist kaputt. Was ist ein Fernglas? Ja, das ist kaputt, aber das kann... Kann sein, dass hier irgendwo ein Spieler in der Nähe ist. Weiß? Hab ich kein Fernglas mehr? Ach ne, stimmt. Das war ja... Ich bin auch schon gestorben. Ja. Schau mal in der Nähe, ob da irgendwo Gegner sind. Äh, Leute sind. Wollen wir da mal hinfahren? Ne, ne. Ja, komm. Doch, lass mal machen. Komm mal rein. Ne, lass mal nicht alle zu dritten fahren. Lass mal ihn da hinlaufen, oder? Boah, wir fahren jetzt eh von... Wir müssen da eh dran vorbei. Ja, warte, dann lauf ich erst. Ja. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Da wird schon niemand sein. Nein. Ja, genau, mach Licht an. Ja, mit unserem Glück ist da wer. Da ist wer? Achso, nein. Achso, zum Glück. Mit unserem Glück. Oh, ich hab hier nen LKW und dem fehlen nur... Dem fehlt nur nen Reifen. Das Ding ist aber glaub ich ganz Schrott, oder? Das fehlen... Das ist ganz Schrott, ja? Ja, trotzdem. Das heißt, der hat jetzt jemand hingelaufen, hat Licht angemacht und ist gegangen, oder wie? Kümmer. Ja, also der wollte gucken, was da gerade so alles fehlt, um den vielleicht zu reparieren, aber dann hat der gesehen, die ganzen Reifen sind kaputt und dann hat der keine Lust mehr. Irgendwie hat das was irgendwie so. Dunkel, die Windräder, Mike läuft. Das wär so ne schöne Szene für nen Film, irgendwie. Dem fehlen alle Reifen. Dem fehlen nur das Recht vordere. Wenn jetzt hinter den Tanzu Zombies kommen würden, ist ja voll episch. Mike läuft dann so uns entgegen. Schreiend. Wie ein Mädchen. Ah, ein Zombie, ein Zombie! Mir fehlt nur ein Reifen. Echt? Lol. Jupp. Dann lass den reparieren. Okay, ab dahin mit dem Auto. Die Engine ist grün, Fuel Tank ist gelb und Hülle ist ganz Schrott. Ja, Scrap Metal haben wir. Also würde der fahren. Hier liegt ne Double Metal. Oh, hier liegt ein bisschen was drin, ne? Jerry Can. Big Jerry Can. Äh, Pascal hast du mir schon geantwortet? Was fährst du mit dem Tank? Hast du mir schon geantwortet? Äh, ja, ist genug. Ne, genug. Heißt? Fast voll. Ne, ja. Ich geh mal hinten in die Tannen rein, ne? Ich geh mal hinten rein. Ja, das ist... Das ist gerade voll geil. So mit ein bisschen gechülter Musik im Hintergrund und so. Ist eigentlich ganz geil. Richtig. Richtig. Ok, was fehlt da jetzt? Ein Reifen. Einen Reifen vorne rechts. So weit ich weiß. LOL. Was denn? Na, was alles drin ist. Oh, da fehlen aber zwei Reifen, sind stark beschädigt. Ja, wirklich, scheißegal. Das Ding ist aber hier so ein Teil, was wir verbessern können, wo wir noch ein bisschen was anbauen können später. Moment, ich filme alles in den Ural um. Wenn wir Scrap Metal haben, können wir hier richtig viel noch dran machen, ne? Können wir hier noch die ganzen Reifen und sowas schützen. Alter, wieso stirbt denn der jetzt nicht? Kann das Ding fahren, oder? Warte, ja. Soll ich fahren? Warte, warte, noch nicht fahren? Wir müssen noch was dran bauen. Ja, ich mein nur, dann fahr ich das Ding hier schon mal. Also dann setz ich mich schon mal rein und fahr ich gleich weg. Juhuu! Juhuu, was hast du? Ich hab nen Feuerwehrwagen zerschossen. Ich hatte so'n, äh, so'n, äh, da zwischen diesen zwei Hungers da spawnen doch ganz oft so'n, so'n, äh, Auto mit MG. Und ich hab halt das MG-Binus und hab so'n Feuerwehrwagen zerschossen. Das ist besser, weil, wenn der zerstört wird, der Ural, dann haben wir nämlich gar nix mehr. Ja, wenn wir Reinforcing Material hätten, dann könnten wir alles upgraden. Ich glaub, wir brauchen dafür nur den Dienst. Wir brauchen kein Reinforcing Material. Äh, Scrap Metal geht nicht. Doch, hier, guck, upgrade, äh, Front Plow, dann steht da, You need Reinforcing Material to upgrade this. Ach, das ist neu. Ne, ich hab's schonmal probiert mit Scrap Metal, Scrap Metal bringt nix. Ne, es war Reinforcing Material. Gibt's das, heißt das auch so? Ich hab das nämlich noch nie gesehen. Ja, und damit muss auch ein Haus zusammenbauen. Was machst'n jetzt halt? Grab Metal. Hall. Müsst jetzt wieder grün sein. Oh, einfach das Airfield ist jetzt so beleuchtet, weil einfach diese, diese, diese Flammenkugel, der ist mit der Rauchwolke. Ich folg' dem, ich folg' dem, ne, weil ich hab' keine Tate. Ja, ganz nice. Ja, super, was kann ich jetzt noch machen? Meine Hoffnung war, dass hier auf dem Airfield was anständiges war. Warte, ich guck' einmal kurz, wir haben geschickt. Haben wir echt bloß eine Map? Wenn ich jetzt grade genau wüsste, wo wir wären, wir waren grade... Also ich würd' sagen, wir fahren zum, wir fahren zum Airfield und dann würde ich... Ah, das dauert. Ich muss jetzt grad noch herausfinden, wo wir sind. Egal, wir müssen einfach der Straße folgen. Ich hab grad noch ein drittes Auto gefahren gehört. Aus der Entfernung. Ich find's nicht. Lass mal Licht aus, bitte. Ich hab's nicht an. Könnt ihr mal einmal hinter euch gucken? Hinter, guck mal, da stehen so drei Bäume, dahinter ist ein Windrad und dahinter ist irgendwas hell, oder? Kann das sein, auf der Wiese? Oder täuscht das? Ja, Mann. Das ist, das ist, äh... Das ist ein Heli-Crash. Heli-Crash ist halt. Wollen wir hinfahren? Ja, wollen wir hin. Ich verpasste ganz viel Spaß, wie ich merke. Wer ist mal bei uns gespawnt? Ja, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte, hier auf dem Affiliberfläch zum Außerweißer steht uns im Luftraum. Ja, ich fliege erst mal. Ich fliege erst mal, der wieder kein Beziehen hat und alle Brot 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 und alle Brot. Ey, kennt ihr diese Crash-Serien, wo man so andere Leute im Crash muss? Was? Wir kennen das ja Nachspiel. Crash, Crash, Crash Derby, oder so ne Scheiße? Ach so. Aber man kann das... Ach so. Das ist kein Dienst. Demolition Derby. Das ist, das ist die... Demolition Derby. Wie heißt das nicht? Das ist, das ist die Straßen. Warte mal, ähm... Komm jetzt rechts. Rechts, rechts, rechts. Hä, rechts? Ja, ich fahr ja vor, hier rechts. Dahinten ist er. Wer ist da? Ah, nein, Dienst. Ich fahr da eh auf, jetzt bin ich vorbei. Das ist mir noch zu laut. Wo wollt ihr gerade hin? Ach so! Guck mal hinter... Guck mal hinter... Du weißt, an welchem Airfield ich bin. Da leuchtet überall was. Ja, wir sind schon weiter weg. Ja, das ist die Straße, oder? Ich bin an der linken Insel, oder? Ich bin an der linken Insel, oder? Siehst du nicht diese Dinger da? Nein. Nein. Max, du weißt, dass du auf der linken Insel bist. Ich folg nur Dings. Auf der linken Insel? Was kann? Ja! Und ihr habt gesagt, beim zweiten Airfield... Nein! Da hab ich gesagt, da fahren wir hin. Ich hab nicht gesagt, dass der Teufel ist. Ja, okay, dann fahren wir da jetzt hin. Alter. Ich bin auf der linken Insel. Ich dachte, ich fahr jetzt grad hin. Linke Insel, Mitfolize, nach rechts gelaufen, zu einem Airfield, jetzt auf mich nach Süden. Und dann Richtung Burkow. Also, wir könnten das dann nicht treffen. Um 15 Minuten. Nee, ich würde gerne über die Burkow laufen. Oder fahren. Naja, doch. Also, wer soll da jetzt kämpfen bei so einem Lern-Server bei Nacht? Da kämpfen immer welche. Was? Ich würde sagen, ein Fahrzeug fährt vor, und dann kommt das andere. Oh mein Gott! Warten! Was denn? SUV getarnt hat. Oh, geil! Wenn wir den fertig haben. Genau den, den hab ich letztes Mal fertig gemacht. Das Ding hält so viel aus, ne? Oh, alle Reifen. Alle? Den hab ich nämlich fertig gemacht. Ja, ist doch egal. Dann bauen wir den Ural auseinander. Ja! Kann man? Ja klar, we move. Steht doch da. We move, äh... Warte mal, warte mal. Wie, 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 wie fehlt denn? Es wird doch alles, oder? Ja, aber wir können fast alles. Wir können alles aus dem Ural abbauen. Wir können sogar den Motor, glaub ich, abbauen. Ja, mit Move Engine. Aber nicht, dann... Lass mal aber einen Wagen heilen, ne? Das war hier zu viel. Ja, wir machen den Ural auseinander. Und was baut ihr jetzt stattdessen zusammen? Einen getanten SUV getraten. Und wie lang braucht ihr noch? Weiß nicht. Ihr müsst mal... Geht mal da hinten zum Zug. Wieso? Weil das kann ich hier nix abbauen. Geht weg. Ich auch nicht. Ja, geht mal. Geht du mal. Alter. Du könntest hier ja nix abbauen. Ein nasser Player ist drin. Jetzt. Jetzt. Mach. Brauch einfach die ganzen Räder ab. Dabei. Habt ihr auch genug Platz nicht, dass das Zeug wegbuckt? Der Ural hat halt Reifen. Ich meine, damit ihr auch... Zeto soll ich da lieber machen. Ob ihr genug Zeug habt, nicht dass das Zeug wegbuckt. Hä? Warum? Los. Nicht, dass das Reifen jetzt wegbuckt, weil du keinen Platz im Inventar hast. Seils Platz brauchst du. Ja, ja. Ne. Das ist okay. Und... Hä? Hä? Wie das immer runter geht? Dann leg die schon... Weil dann baue ich schon mal den SUV zusammen, damit das schnell geht und wir Tollwob abholen können. Weil der wartet auch schon ewig. Leute. Dann fahr ich jetzt schon mal los. Remove... Äh... Wheel. Aber nimm mal bitte noch ein paar Sachen aus dem Dings raus. Vielleicht ein paar... Und lag die mal um... Nee, tu schon mal die Reifen... Tu mal die Reifen in den Ural oder so. Ach. Wie viel. Ich glaub ich bin früher in Sabina als ihr. Ja, wenn immer was... Ach, reparierst du schon die ganze Zeit? Ne, ich hab erst jetzt drei abgebaut und jetzt baue ich drei wieder ran. Ne, gut. Du hast zwei abgebaut und baust... Alter, die... die... die Felgen, die reifen sich ja noch so geil aus, ey. Jo. Windscreen Glass. Ich baue mal ran, ne? Genau den hab ich auf den anderen Server auch zusammengebaut und dann... Warte. Heli. Oh Gott. Hinlegen. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob das ist ein normaler ist oder ein... äh... NPC. Ey, wie? Hier stehen drei Autos. Der wird uns auf jeden Fall sehen dann, wenn er hier lang fliegt. Mach das Licht aus. Es ist aus, aber hier stehen... Teig Licht an. Das fällt ein bisschen auf, wenn hier so viele Fahrzeuge auf einem Fleck stehen. Ja. Hat der Heli sein Suchlicht an? Es gibt ein Suchlicht? Der hat doch so ein Suchlicht, oder? Ja klar, da ist... das Licht unten dran immer. Hauptsache der Wagen... ah ok, gut. Ah, kann mal einer weggehen? Ja, warte kurz. Warte ganz kurz, ich baue kurz die Scheibe vorne ran. Dann vielleicht doch nochmal einen Schuss mehr aushalten können. Ich will mal ganz kurz gucken, was der Uraldi schon alles hat. Also der SUV meine ich. SUV Specialized, ja. Ok, Engine muss auch repariert werden, warte ich muss... Ach, kannst du... baust du gerade ab? Hä? Ja klar, ich... baue da ab, klar. Hä? Mach ich schon die ganze Zeit jetzt. Ja, nein, ich meine, weil ich hier in der Nähe stehe. Wie viel braucht... Engine parts brauchen sechs, ne? Ja, ich hab aber schon Engine repariert, ne? Ach so. Das heißt, fuel noch, ne? Hat er Sprit? Er hat keinen Sprit. Wenn wir den Fuel Tank umbauen, ist dann trotzdem noch das Sprit da drin? Kannst, äh, vorher... warte... Kannst vorher noch den zu füllen. Warte mal, Fuel Tank muss noch rein jetzt hier, ne? Kannst du ja sogar, ähm, absaugen den Sprit noch. Ja, und du kannst den wieder in deinen Kasten reinmachen. In deinem Kasten. In deinem Kasten. In deinem Kasten Bier. Nein. Der Kasten. Ich kann... ist Fuel Tank heile? Hä? Ach hier, Repair Fuel Status 20. Soll ich reparieren? Ja, mach. Ja, wenn du kannst, mach. Deswegen können wir ganz ruhig... Ruhige Zeit machen. Aber ein Reifen noch muss dran, ne? Ja. Sag, wenn du gewechselt hast. Ach, hast schon. Schön. Das ist ein schönes Auto, ey. So, Refuel SUV Special. Ich darf mit diesem hässlichen Direktsteil fahren. Wir brauchen Reinforcement Material. Ja. Unbedingt. Will dieses Teil unbedingt. Was hast du jetzt gerade gemacht? Was machst du jetzt gerade? Hä, was tut er? Abi, fährst du gleich mal ne Runde? So. Hä, wieso steht der immer noch so schief? Fehlt dein Reifen? Ja, das ist... Fahr, fahr mal, fahr mal. Fahr mal nach vorne? Okay, dann geh raus. Hahaha. Abi fährst du mal mit unserem hier? Und ich will mit dem fahren? Ey, den habe ich gefunden. Junge. Ähm, wer hat sich hier gerade hingelegt? Boah, wir müssen alles umpacken, helft mal. Leute, wer hat sich gerade hingelegt von uns? Wer von euch? Ich nicht. Hier ist wer. Äh. Helft mal jetzt einfach umzupacken. Dann töte den einfach, Mike. Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast jemanden hinlegen hören? Die können sich dann... Die können sich dann nicht beschweren. Ja. Wie? Wie hört man dann jemanden hinlegen? Hallo? Helft die mir mal? Also... Fabi, helf mal. Ja, Mann. Richtig. Wenn du auf lauten Sound spielst, dann hörst du richtig viel, Fabi. Alter, wenn jetzt hier echt irgendjemand... Heli. Hier ist was. Das ist... Das ist ein Spieler-Heli. Spieler-Heli. Oh, ja. Ich... 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 Ich geh weg. Ich hau ab. Ne, der hat sich, glaub ich, nicht für uns interessiert. Okay, los, jetzt weiter. Wir haben alles, oder? Ich geh mal ganz kurz ein bisschen in Sicherheit, ja. Heli, wir müssen jetzt weiter. Ja. Komm, 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 komm. Fabi, wo bist du? Äh, vorne in dem Häuschen. Wie vorne? Achso. War alles außen? Ich weiß nicht. Ich... Du hast da reingeguckt die ganze Zeit, nicht ich. Komm rein, Fabi, schnell. Warte, lass mich kurz was da reinpacken noch. Warte. Okay, es ist der SUV. Kommt der zurück? Ne, ne. Nur der SUV. Fährt einer hier mit, oder fahrt der da? Achso, darf ich vielleicht auch mal fahren, Mike? Achso, ja klar, kannst du gerne. Kein Problem. Das wollte ich eigentlich sogar, aber dann kann ich wenigstens in Ruhe mal was trinken. Äh, endlich mal was trinken. Apropos trinken, ich muss was trinken. Ja, dann mach schnell. So, go, go, get it. Bitte beeilt euch. Oh leil. Ja, das macht mir keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wegen was denn? Ne, wegen Überschienen fahren. Weil man fliegt ja da ein bisschen rüber, wenn man so... Ist schon leicht geil, war? So SUV und dann Juul. Lassen wir einfach mal stehen und so. Ich mein, wir haben jetzt nicht so die krassen Waffen, aber... Wir haben geile Sachen. Na ja. Ey, wenn ich wüsste, wo das... Also ich meine Fahrzeuge, mein ich. Was... Was für geile Sachen? Ey, wir müssen jetzt in dieses Lager rein, aber ich weiß nicht genau, wo das in Sabina ist. Nein! Ah! Ah! Oh, das ist schlecht. Ja, ich kann so umfahren. Oh nein, wirklich aber nicht. Hässliche Hochhäuser, siehst du die auch? Hässliche Hochhäuser? Oh nein. Oh nein. Bleib stehen, unser Reifen ist futsch. Da brennt was. Ist was abgestürzt oder irgendwas explodiert oder so. Unser Reifen ist kaputt. Scheiße. Ja, warte. Das muss ein Fahrzeug oder irgendwas sein, weil das ist auf keinen Fall nur... Wir haben keinen Reifen mehr, oder? Ja, komm mit. Dann suchen wir erst ein bisschen. Mach Motor aus und dann komm mit. Ach scheiße, ey. Lass es mal zu Toivo. Ja, fahr du schon mal vor. Dann können wir hier noch ein bisschen Reinforced Materials und so ne Scheiße suchen. Ach so, okay. Pascal, sag mir mal kurz, was könnte da alles brennen? Warte mal. Das produziert Rauch. LOL. Ach so, das ist er. Ne, was ist denn das? Ich. Gott. Was denn hier vorn? Hier? Äh, was brennen kann? Äh, Heli? Nicht, es ist... Es ist aber... Es ist aber nicht so groß, aber es ist auch größer als jetzt so ein Lagerfeuer, weißt du? Ja, ich höre die ganze Zeit wenig rumfahren. Ja, das ist... Ja! Wenn ich das jetzt halt höre, wenn ich das jetzt dazwischen geredet würde, kann ich leider nichts sagen. Ah fuck, du bist ja auch nicht der Straße gefolgt, das weiß ich gar nicht. Doch, ich bin ja jetzt auch wieder an der Hauptstraße, bin ich wieder. Ja? Das ist die am Supermarkt. Dann seh ich schon mal gar nichts. Die am Supermarkt? Ist du hoch, Fabi? Ja, die am Supermarkt. Ist wahrscheinlich noch nicht gespawnt. Da ist ne Hubschrauber abgestürzt. Ne, ich seh leider nichts. Oh, FuelTech Parts. Sehr gut. Aber wirklich abgestürzt, nicht so... Nicht so, ich spawn mal hier und bin ein abgestürzter Hubschrauber, sondern ein Heli ist abgestürzt. Neui. Zwischen Bäumen, der hat die Bäume hier so umgehauen und brennt. Was ist da, Fabi? Ich nehm einfach mal alles mit. Hier ist irgendwie, äh, 75 Rounds, RPK, SKS Rounds. Rounds? Fabi kommt hoch. Ja? Rounds sind Kugeln, Munition. Aber das sieht nur aus wie eine. Jaja, sieht bei mir aus, dieses SKS-Ding sieht auch aus wie nur eine. Ist wieder ein Heli. Soll ich schießen? Soll ich schießen? Ich schieß. Ja, musste. Halt, ich seh dich da fahren. Ich seh dich da fahren. Fahr halt an, halt an, halt an, halt an. Rückwärts, fahr mal rückwärts. Danach kommt mal zurück. Komm, Fabi, lass mich mal raus wieder. Pascal? Ja? Hörst du nen Hubschrauber über dir? Scheiße. Halt mal an, fahr rückwärts. Wo bist du lang? Siehst du nicht das Feuer? Lass mich hier kurz rein, Fabi. Ich seh dich. Bleib mal stehen bitte kurz. Bleib mal nur stehen. Bleiben wir hier drinnen und campen uns dann wo rein, bis die beiden kommen. Bis die beiden kommen. Wie, du siehst doch den Heli, oder? Der brennende Heli. Nein, den seh ich nicht jetzt. Komm rein. Willst du mich verassen? Bist du gerade vor mir? Bist du das? Ich bin hier im Wald. Ja, komm jetzt. Nee, chill doch jetzt mal hier. Ich will gucken, ob hier ne Leiche liegt. Alter Toi, wo? Oh mein Gott, ich werde bestimmt sterben. Gibt's die nicht noch irgendwo Industrie? Junge, wir sind in der größten Stadt, wo alle Leute sind. Und du willst einfach schön landen. Alter, jetzt kommt endlich, steig ins Auto ein und komm wieder zurück. Ja, ich bin auch unterwegs. Ach Gott, Leute, ich hab 10 Stunden auf euch gewartet. Die zwei Sekunden machen's jetzt auch nicht mehr aus. Ja, nee, aber wenn ein Heli hier jetzt rumfährt... Ja, bin da. Ich bin ein Weißer. Der ist doch nicht immer getarnt. Und wie findest... Ja klar ist der getarnt. Nein, der ist gar nicht getarnt. Junge, das sieht nur so aus, weil der ist nicht dunkel ist. Der ist ja getarnt. Der sieht nur so aus, weil der ist nicht dunkel ist. Ach doch, jetzt seh ich. Doch, jetzt seh ich das Muster. Ja doch, der ist nice. Der ist eigentlich Tarnfarben, aber den sieht man nicht, weil... Weil der getarnt ist. Der wird so dunkel jetzt. Ja, nice. Okay, cool. Hier wird doch wohl irgendwo ein Reifen sein, oder? Wie viel fährt der so? 130 oder sowas, gell? Ja. Wir könnten in der Lagerhalle schauen. Hast du Bock? Wegen wir, aber ist doch sehr auffällig und so. Such mal bitte. Wenn ihr irgendwo lang fährt, sucht nach dem Reifen bitte. Ähm... Ja. Lass mich mal ein Stückchen außerhalb raus. Ich geh raus und bleib du beim Fahrzeug. Hau irgendwie ab. Muss kein Risiko eingehen, das ist unnötig. Hast du dir gemerkt, wo das Ding steht? Der SUV? Der ist eigentlich SUV. Wer ist denn unser Fahrzeug? Ja, da war irgendwo an der Straße. Keine Ahnung, der SUV. Hast du gesehen? Ne, gar nicht. Aber lass mich mal an diesem halb kaputten Haus raus, wo ich vorhin auch, wo du die Waffe hast, wo ich gestorben bin. Ja, da will ich ja hin. Achso, ja, ja. Aber dass du mich außerhalb hältst, dass die Leute dich da nicht sehen. Hey, komm mal nicht lang, Fabi. Warte, ich muss gerade mal gucken. Warte, ich muss gerade mal gucken, Mikey. Warte mal, Mikey, komm mal unter durch. Ich hab keine Map. Oh. In Druck. Wir müssen da unter durch. Achso. Nicht geil. Also ich soll dich da rauslassen und dann weggehen. Null. So, wo siehst du denn hier links? Ja, lass mich raus. Wer ist, was? Fahr weiter. Oh, jetzt will ich auch raus. Warte jetzt. Ey. Einfach schnell gucken. Wo ist denn der Eingang? Bei mir noch? Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll hier. Ey, Pass, kann natürlich nicht einfach beim Auto bleiben. Ich frage gerade, ob sie den Server restarten sollen jetzt. Oh, lol. Okay, gut. Der war kaputt, aber jetzt komm. Was ist denn? Ich komm hier nicht weiter. Achso, bin ich jetzt umsonst rumgelaufen? Ja. Hier geht's nicht hoch, Fabi. Hat der nichts im Gear auf? Nein. Was ist mit den Autos nach dem Restart? Ich stehe normalerweise immer noch an der Stelle. Hey, wie bist du denn da durchge... Ach, da. Normalerweise. Toll, jetzt kommen wir nicht weiter. Ach Gott. Alter, was hast du für ein Bandit? Ach so, das ist ein standardlicher Bandit-Skin. Äh, ich hab ein Bandit. Doch. In den standardlichen. Jetzt komm mal. Warte, Gear. Warte, Gear. Was habt ihr hier drin? M24, Jerrican. Ja, okay, gut. Nix besonderes. Riding back. Mach. Eigentlich müssen wir die Blueprints gar nicht mitbringen, weil wir nie versuchen ein Haus zu bauen. Ja. Was heißt versuchen? Können wir gar nicht. Obwohl. Moment. Doch, wir können zum Steinbuch. Wenn wir ein Auto haben, dann können wir eigentlich gucken, wenn wir jetzt Zement und... Ja. Dann müssten wir auch jetzt... Okay, lass mich raus und hau ab, ja? Wir dürften nicht aufhören. Lass mich raus, lass mich raus. Hau ab. Hau ab. Ja, das stimmt wohl. Ja, das ist so zeitaufwendig. Ja, wenn ich nachher noch wen hätte, mit denen ich zacken könnte, dann würde ich das gleich noch machen. Loll. Alter, wie viele Bauarbeiter sind denn hier bitte? 55.000 Bauarbeiter oder was? In einem Haus. Ja, also wir könnten echt mal ein Haus zusammenbauen. Wir brauchen 15 Steine, 5... Ne. Doch, 15 Steine. 25 Holz. Was denn reißen wollt ihr? Alter, ich seh hier drinnen nichts. Ja, 25 Holz. Zement. Wir holten es einfach ab, wir lassen unser Auto hier. Ja, Pascal, ich seh hier nichts. Ist da in den Hallen hier, in den großen... Ist da was? Spontor, was? Ja, das ist beim Reifen. Weiß es nicht. Reifen und Heli-Teile, also... Ja, komm, wir werden ja wohl irgendwo einen Reifen finden hier. Aber dass ich einmal dagegen fahre und dann gleich der Reifen kaputt ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, Pascal, kannst du mich vielleicht doch wieder abholen, weil... Jo. Ich seh hier nichts. Ich hätte gerne gelootet, aber ich seh echt nichts. Oh, okay, komm vor die Tür, komm vor die Tür. Ich bin doch hier, siehst du mich nicht? Da war's auf der Straße. Alter, Junge, ich hab gedacht, du wärst ein Zombie, ne? Wollts schon auf mich zuhalten. Gib Gas. Ah, hier, es braucht wirklich was drin. Reifen. Reifen, zwei Reifen, sehr gut. Äh, gut. Hinten, holst du den hinten? Äh, ich hab keinen Platz mehr. Aber der wargst auch leise, ne? Ja, ach ne, dann ist der ganze Wahnsinn. Kannst du den mit dem, Fabi? Wie viele Reifen, äh, wie viele Plätze, drei oder sechs? Den hört man fast gar nicht. Den hört man fast gar nicht. Scheiße. Der hat nämlich gar keinen Platz mehr. Äh. Wir versuchten einfach mitzunehmen und ich schau schon mal in die andere Halle hier rein. Weil ich seh hier noch was Spannendes drinne. Aber pass auf, du weißt, wir haben einmal mit einem Lianfield mit zwei Kugeln so'n Wagen zerlegt, ne? Ja, aber der ist ja hier gepanzert. Oh mein Gott, richtig geil. Ja, ja. Was denn? Wie viel, wie viel braucht Reinforcement Material? Äh, zwei oder? Ne, ein? Ich glaub, ein? Ne, ich glaub zwei. Ja, ich glaub auch zwei. Was? Habt ihr echt welches gefunden? Ja, ich... Und hier sind dann Zementmische, Alter, wie haben wir fett. Ja, nehmt die mit, wir können... Alter, wir können mal ein Haus zusammenbauen. Ähm, wir finden oft in Tankstellen Sachen, ne? Moment, äh, Mike, wir... Lass mal das... Lass mal den Reifen ranbauen und lass mal herfahren. Ja, warte. Nicht bewegen. Wo bist du? Äh, ja, warte, ich... Okay, der fliegt hier nicht lang. Im... Wenn ihr uns sieht, haben wir ein Problem. Bauen wir jetzt ein... Versuchen wir jetzt so langsam mal ein Haus etwas zu bauen. Das braucht sechs Plätze, ne? Ja, gerne, gerne. Sechs Plätze? Aber Mike, wir haben Scrap Metal... Wir haben Scrap Metal im Auto. Wir können das jetzt aufwerten. Ja. Kommt ein Auto, seid ihr das? Ja. Ja, ja, das sind wir. Dann bleibt in meinem Auto und gebt uns mal Deckung. Dann baue ich das gleich mal dran. Ach, ich hab so'n... So'n Ding. Mache aber die Wheel-Dinge am besten. Ja, hatte ich auch vor. Bringt am meisten. Was hast du für eine Waffe? Du hast meine... Also quasi meine Waffe, ne? Alter, ich lichte Frag Grenade. Ab aufs Auto damit. Wuuu. Nein. Auf welches Auto? Auf euers. Da schieß ich euch einen Platten. Thema Frag Grenade. Ich hab zwei im Rucksack. Also wenn du eine brauchst, nimm dir eine, ne? Äh, leck mal bitte Zombies ab. Ich muss mal den Reifen einmal reparieren von uns. Ja, mich wollen die Zombies hier schon wieder, Alter. Boah. Was mach ich denn jetzt? Wir müssten mal irgendjemand... Versuch schon. Aber du rennst gerade vor mir weg und dann krieg ich den. Ich komm her. Komm her, meine Freunde. Wie geht's euch? Ja, hallo. Ich bin sehr interessant. Ich bin euer bester Freund. Guten Tag. Guten Tag. Warte mal. Ich lauf mal kurz weg. Schnapp mir mal die Zombies und lauf mal weg. Ja, mach ich. Lauf mal ein bisschen in die andere Richtung. Ich schieß mal kurz nen Zombie, ne? Ja, wenn er nicht so scheiße rumwagen würde. Lauf mal... Äh, Teuvo oder so. Schnapp dir mal auch ein paar. Diese scheiß Zombies, ne? Ja. Wer schießt? Ja. Ich. Hatte doch gesagt. Ich dachte, ich schieß nen Zombie. So. Jetzt schnell. Jetzt lauf weiter weg. Lauf weiter weg. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt n Haus an, oder? Repair. 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 F. Alter wie geil ist das denn? Haha. F. 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 Auto hinten. Der Heli ist ja da. Ja, es ist ein NPC-Heli.